Damit kommt es zu einem neuen Video von Haktipur. In diesem Video mit ihm aus dem Magazin Nummer 20. Mit dem Ninja Speer und einem Promopack von Matchtags. Das eröffne ich jetzt kurz. So, ich habe schon mal auch das Pack-Up gemacht, das Booster, kommt aber am Ende des Videos, das Matchtags Promo-Booster von den neuen Matchtags. Erstmal hier der Speer, der kann man auch ausfahren, ist sogar schon ausgefahren, gerade als ich es aufgemacht habe. Kann man noch bis so weit machen. Und so, sind die Batterien anscheinend schon drin? Ja, man muss dieses Ding hier anscheinend rausnehmen, erstmal wie das immer drin ist. So, dann raus, jetzt sollte das Licht auch angehen. Ja doch, das leuchtet, das sieht man jetzt im Video, das fand ich zu gut. Aber da sieht man diese Lampe, doch, das sieht man. Doch, da, das ist dieses Leuchten. Krass. Ja, das ist, dann mehr kann man damit auch nicht machen. Ja, das war es davon schon mal, jetzt kommen wir noch aus dem Heft und dann zu dem Booster. Ja, das war es. Ja, das war es, mehr ist dann nicht. So, und beim nächsten Mal ist dann eine grusel Skeletthand drin. Leuchtet im Dunkeln, das ist ab 4. Oktober im Handel. Ja, das war es dann von Mickey Mouse Magazin Nummer 20. Jetzt kommt nur noch das Promo-Pack von den neuen Matchtags, das ist jetzt noch. Ja, da haben wir, was ab jetzt im Handel ist. Oh, mein, die ersten, die drei Karten, die hier drin sind, ist Thomas Delaney. Dann Musua Kone. Und Marco Caligiuri. Ja. Und das war es jetzt wirklich dann von Mickey Mouse Magazin Nummer 20. Wenn es eine Bewertung ist, zeigt eine Bewertung. Bis zum nächsten Video. Ciao.